Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des Imperiums. Mein Name ist Christon und dies ist ein neuer Vlog-Eintrag rund um das Spiel Forge of Empire. Und heute möchte ich mich anlässlich des Antiquitätenhändlers ja ein wenig mit den Gebäuden, mit meinen Lieblingsgebäuden auseinandersetzen, beziehungsweise auch mit Gebäuden, von denen ich sage, okay, will man die haben, will man die nicht haben, solche Geschichten halt. Da muss ich gleich vorweg schicken, das Video wird ein bisschen länger und ein bisschen viel geschwätzt vielleicht, aber ich habe versucht, so viel wie möglich auch Informationen zu den einzelnen Gebäuden aufzulisten. Also ich habe hier eine riesengroße Liste neben mir liegen, die ich versuche schrittweise, teilweise so effektiv wie möglich abzuarbeiten. Okay, ja, ich schicke auch gleich noch vorweg, dass das natürlich meine persönliche Lieblingsliste ist und wenn ihr Gebäude vermisst in dieser Liste, die ich dann gleich besprechen werde, dann sagt ihr, okay, sagt mir das vielleicht noch, dann können wir die auch noch durchgehen. Und ich habe so eine Top 5 gebildet, werde aber nebst der Top 5 noch ein paar weitere, also viele weitere Gebäude besprechen, über die man vielleicht reden sollte. Ja, also warum man jetzt diese Gebäude eben aufstellen sollte oder was ich vielleicht gut oder nicht so gut finde, solche Geschichten. Gut, bevor ich aber zu meiner Liste eben komme, vielleicht kurz vorweg, warum ich diese Liste oder wie ich zu dieser Liste oder dieser Entscheidung vielleicht auch gekommen bin, was also für mich auch Entscheidungen sind, was für mich Gebäude gut macht oder nicht. Und ich muss auch gleich dazu sagen, also für mich gibt es seit verschiedenster Arten von Gebäuden, also die sind ein bisschen anders aufgedröselt als das jetzt bei FOE der Fall, also bei FOE ist das ein bisschen anders der Fall. Für mich gibt es, sag ich mal, so fünf verschiedene Arten von Gebäuden, nebst den normalen Standardgebäuden. Ja, dieser Sondergebäude, sag ich mal so. Also das eine sind so die klassischen Gebäude, wie jetzt die königliche Kaskade, die stellt man einfach hin und dann machen die irgendwas. Ja, also das sind so die einfachen Einzelgebäude, nenne ich die mal so. Also stellt man auf und dann macht das Gebäude, was es soll. Demgegenüber gibt es natürlich so Eventgebäude, wie zum Beispiel der Winterdom oder die Pagode, die man noch hochleveln muss und die natürlich ihre größte Effizienz auf dem größten Level haben. Und ich gehe immer davon aus, dass man dieses Gebäude dann auch vollständig ausgebaut hat. Also meine Berechnungen gehen jetzt nicht von so Gebäuden aus, die, ja, nur halb aufgebaut sind, wie jetzt hier zum Beispiel die Pagode, ja. Also ich gehe immer davon aus, dass das komplett ausgebaut ist. Okay, und dann gibt es noch Setgebäude. Das ist zum Beispiel hier das Piazza oder, ja, solche Geschichten. Also Gebäude, die ein Set bilden aus mehreren Einzelgebäuden und bei denen sozusagen das Ganze auch am besten funktioniert, wenn das Set vollständig ist und möglichst, wie hier im Piazza auch, möglichst, das hat ja zwei Stufen, also auch möglichst auf Stufe zwei ausgebaut ist. Und dann gibt es Gebäude, die ich eben jetzt in meine Entscheidung nicht mit einbegriffen habe, obwohl sie natürlich manche Sachen ein bisschen mit beeinflussen. Das sind zum einen die legendären Gebäude, also natürlich legendäre Gebäude sind auch mal eine Sache für sich und würde man die zum Maßstab erheben, würden andere Gebäude hier ja gar nicht auftauchen. Also die lassen wir erst mal beiseite. Und genauso auch die Gebäude der kulturellen Siedlung, also die ich richtig gut finde. Also würde man die aufnehmen, also zum Beispiel den Shinto-Tempel oder das Yggdrasil, die sind natürlich unschlagbar. Also sowohl Shinto-Tempel als auch Yggdrasil sind für mich die besten Sondergebäude, die es gibt. Und glücklicherweise oder unglücklicherweise, je nachdem wie man es sehen will, gibt es die ja nur einmal. Also das bedeutet, es ist halt auch wieder das Pech dieser beiden Gebäude, dass man sie nur einmal aufstellen kann. Aber das sind für mich die besten Gebäude. Welches von beiden ich besser bin, kann ich dann gleich nochmal als Beispiel nennen. Ja, daneben sind natürlich das Dojo oder auch der größere Runenstein auch Sachen, wenn ihr nicht sagen müsst, Dojo und größerer Runenstein sind einfach auch extrem effektiv auf Stufe 5. Auch die habe ich jetzt nicht mit in der Liste, sage ich mal so. Auch das fällt so ein bisschen raus. Ja, also es geht ja um diese anderen Gebäude, die man da sozusagen ringsherum aufstellen kann. Also wenn ihr ein Dojo habt, auf Stufe 5 stellt es immer auf, da könnt ihr ja nichts falsch machen. Genauso größerer Runenstein kann man im Grunde auch nichts falsch machen auf Stufe 5. Interessanter wird es eben bei den anderen Gebäuden, bei denen man sich dann fragen muss, will ich dieses Gebäude aufstellen oder nicht? Und da ist halt die Frage, wie, was sozusagen der Maßstab für meine Entscheidung, auch darum soll es ja jetzt erstmal gehen, wie fälle ich überhaupt Entscheidungen in ein Gebäude aufzustellen in meiner Stadt? Natürlich ist es erstmal der Zugriff auf das Gebäude. Also ihr seht hier diese ganzen heiligen Himmelswachten und die würde ich natürlich auch durch Schreine des Wissens ersetzen, aber ich habe nun mal jetzt hier gerade heilige Himmelswachten und keine Schreine des Wissens. Also könnte ich die eins zu eins eintauschen, würde ich das sofort machen, geht aber nicht. Also von daher, solche Gebäude oder auch hier hinten der Stammesplatz, die stehen bei mir halt da aus Mangel an Alternativen. Wenn, sag ich mal so, ja, also es gibt Gebäude eben, ja, das muss man ja immer sehen, hat man überhaupt Zugriff auf diese Gebäude? Denn meine Stadt würde natürlich komplett anders aussehen, wenn ich jetzt hier schlaraffenlandmäßig aufstellen könnte, was ich willte. Dann würde die Stadt natürlich anders aussehen, ja, das ist keine Frage. Aber man muss ja auch immer ein bisschen auf den Zugriff achten, also was bekommt man in die Events und so weiter und so fort. Das sei es vielleicht dazu gesagt, welche Gebäude auch bei mir nicht auftauchen werden, die ich auch nochmal speziell betrachten werde, sind die Gebäude, die man in der Gildenexpedition bekommt, die bekommen nochmal ein Einzelteil. Die finde ich auch immer nicht ganz so gut, also es gibt bessere Gebäude als die Gildenexpeditionsgebäude, aber auf die hat man halt einen relativ guten Zugriff. Also von denen bekommt man, wenn man die Gildenexpedition häufig und ordentlich spielt, bekommt man von denen nach und nach genug Gebäude zusammen. Man könnte also seine ganze Stadt durch Gildenexpeditionsgebäude aufbauen, aber die sind für mich immer schlechter, es gibt immer bessere Alternativen. Also die sind gut, aber es gibt immer bessere Alternativen. Deshalb kriegen die auch nochmal ihr einzelnes, ihr extra Video, aber das in ferner langer Zukunft oder vielleicht beim nächsten Mal schon. Ich weiß es nicht, mal schauen. Okay, was sind jetzt die Maßstäbe, nach denen ich ausgewählt habe? Dazu habe ich also fünf Punkte oder sagen wir sechs mehr oder weniger und man muss dazu sagen, es ist auch der derzeitige Stand. Also wir sind jetzt gerade August 2019, muss ich dazu sagen. Es kann sich ja immer noch ein bisschen was drehen und verändern. Also die Liste, die ich aufstelle, kann auch im Laufe der Zeit natürlich veralten und neue Sachen können hinzukommen oder auch die Bewertung mancher Sachen kann sich eben noch verschieben. Das ist vielleicht auch nochmal dazu gesagt. Aber was ist erst einmal grundlegend der Maßstab? Der erste, ein grundlegender Maßstab ist der Schrein des Wissens. Der Schrein des Wissens produziert, wenn er motiviert ist und ich gehe mal davon aus, wenn ihr eine ordentliche Freundesliste habt, also das mit der Motivation, dass das auch funktioniert. Bei mir funktioniert das immer. Also ich hatte bisher noch kaum Schwächen, irgendwas einzusammeln. Wenn es jetzt um Motivation ging, kann natürlich zum Problem werden, aber erst einmal würde ich das jetzt ein bisschen hinten anstellen. Der Schrein des Wissens bringt einen Forgepunkt und Forgepunkte sind nun mal das zentrale Motiv, um das es mir erst einmal vorrangig geht, aber nicht nur Forgepunkte, sondern auch die Nebeneffekte sind entscheidend. Er bringt einen Forgepunkt, wenn er motiviert ist und hat damit eine Effektivität von einem Forgepunkt pro vier Felder oder aber, und so berechne ich das immer, 0,25 Forgepunkte pro Feld. Ist jetzt das Gebäude also in den Forgepunkten gleich, besser oder schlechter? Also wenn es schlechter ist und man will das Gebäude jetzt aufstellen, dann sollte man sich fragen, lohnt sich das jetzt? Ja, also lohnt sich jetzt dieses Gebäude hier aufzustellen, weil es ist, ja, wenn es schlechter ist als der Schrein des Wissens, aufgrund seiner Geschichte. Ich gehe jetzt auch nicht auf solche Sachen wie Straßen, also man könnte das Ganze auch noch ein bisschen vielleicht eingliedriger berechnen, wie sind Straßenanschlüsse und sonst solche Geschichten. Meine Stadt ist durchdrängt mit Schrein des Wissens. Sie stehen überall da, wo ich gerade ein bisschen Platz habe und es funktioniert in der Regel auch ganz gut. Gut, also darauf gehe ich jetzt auch nicht so richtig ein, was die Straßen angeht. Aber er hat produziert 0,25 Forgepunkte pro Feld und ist damit sozusagen der grundlegende Maßstab. Wenn man da zum Beispiel die Heilige Himmelswacht ansetzt, produziert auch einen Forgepunkt pro, ja, braucht aber sechs Felder und das heißt, es hat eine Effizienz 0,175, 0,17 oder 0,166, also 0,17. Forgepunkte pro Feld ist also schlechter, kompensiert das ein bisschen durch zusätzliche Münzen, die man da bekommt, also Goldmünzen. Aber im Grunde genommen ist sie deshalb schlechter, weil sie einen schlechteren Forgepunkte-Output hat. Und deshalb würde ich die auch alle abreißen, natürlich gegen Schrein des Wissens ersetzen, aber wer hat, der kann und wer nicht hat, kann halt nicht, ne? Das ist ein bisschen das. Okay, natürlich sind nicht nur die Forgepunkte wichtig, aber sie sind vorrangig. Was eben auch noch in die Entscheidung mit reinspielt, gibt es gewisse Nebeneffekte, die das Gebäude besser oder schlechter machen. Also Nebeneffekte sind sowas wie jetzt hier beim Winterdom die zusätzlichen Güter, die 12% Verteidigung, solche Geschichten, ja? Also auch wenn man jetzt zum Beispiel beim Altar der Artemis, der hat einen Forgepunkt, ne, ist auf sechs Felder, hat also auch, wie die Heilige Himmelswacht, 0,17, hat aber den Vorteil, dass es noch plus 5% Angriff bringt, ja? Ja, okay, das wäre das und es ist eben deshalb mein persönlicher Geschmack, weil es natürlich auch auf meinen persönlichen Spielstil ankommt, weil ich zum Beispiel in der Gildenexpedition kämpfe und deshalb auch immer Gebäude vorziehe, die noch einen gewissen Kampfbonus liefern. Also um auch da mal zum Beispiel den Effekt zu bringen, das Karussell hat eine Zufriedenheit von 3260, ja? Und ist damit schlechter zum Beispiel als der Siegerplatz. Also der Siegerplatz ist leicht besser, aber der Siegerplatz hat schlechtere Nebeneffekte, wie, also er hat, glaube ich, nur 4 oder 5% jetzt hier auf Stufe der Gegenwart an Angriff und hat natürlich keine Verteidigung. Weshalb ich sage, ich stelle lieber das Karussell auf, auch wenn ich weniger Zufriedenheit habe, das bisschen, was es da an weniger gibt, das ist jetzt nicht so viel, ich glaube, der hat 3500 oder so, das ist jetzt nicht so viel, dass ich sage, dafür sind mir die Nebeneffekte des Karussells eben entscheidender oder wichtiger. Okay, warum habe ich nur eine Top 5? Es gibt wesentlich mehr und sich mit den Gebäuden auseinanderzusetzen, lohnt sich sozusagen immer. Sich mit den Gebäuden auseinanderzusetzen lohnt sich immer. Also mit vielen Gebäuden, die es so gibt, ja, keine Frage. Top 5, weil alle Gebäude, die danach kommen, kann ich dann auch schlecht in dieses Ranking sozusagen mit reinbringen. Auch ein großer Punkt dieses Rankings, weshalb es jetzt eben genau so aussieht, wie es aussieht, ist vor allem ein entscheidender Punkt, hat man auf dieses Gebäude im, also hat die Entscheidung auch ein bisschen mit beeinflusst, hat man auf dieses Gebäude Zugriff im Antiquitätenhändler. Ja, also ein paar der Gebäude, die ich vorstelle, die bekommt man aktuell, wurden im Antiquitätenhändler noch nicht gesehen. Ich verfolge immer ein bisschen die englische Seite zum Antiquitätenhändler, die steht auch unten und da könnt ihr immer schauen, ist dieses Gebäude, für was bekommt man das Gebäude oder das Upgrade-Kit. Und manche Sachen wurden zum Beispiel noch nicht gesehen. Worauf ich ja hoffe beim Antiquitätenhändler ist, dass ich meine zweite Pagode ein bisschen aufbauen kann, also dass ich die noch fertig bekomme. Aber bisher wurde für die Pagode noch kein Upgrade-Kit im Antiquitätenhändler gesichtet im Verkauf. Ihr könnt sie natürlich, ihr könnt sie, also ihr könnt eure natürlich verkaufen, aber ihr kriegt aus dem Antiquitätenhändler raus, bisher nach aktuellem Stand, keine. Also wurde bisher noch nicht gesehen. Kann sich, wie gesagt, ändern. Deshalb, ja, können sich dann auch nochmal, wenn solche Sachen dann irgendwann auftauchen, können sich da dann natürlich hier dann auch verschiedene Wertigkeiten absolut verschieben. Also sobald Sachen auftauchen, würden die in meiner Liste sofort nach oben steigen, wenn man den Zugriff eben darauf hat. Aber, ja, so ein bisschen. Und es geht um meine fünf Lieblingsgebäude, sage ich nochmal dazu. Also die fünf Gebäude, die ich am liebsten mag und die ich halt hervorheben möchte. Okay, 15 Minuten geredet, ohne die fünf vorzustellen. Aber ich habe schon mal eine Probeaufnahme gemacht, da war das genauso. Also unter 15 Minuten geht es nicht. Und es ist kein Geschwätz. Es ist für mich alles irgendwie, scheint das wichtig zu sein. Ich denke mir was dabei. Gut, fangen wir also mit meiner Top 5 an. Und danach, wenn ihr noch Lust habt, könnt ihr noch den anderen Sachen folgen. Also es ist ein langes Video, wird es definitiv. Fangen wir mit meiner Top 5 an. Und ich möchte ein bisschen auch begründen, warum die Top 5, das meine Top 5 ist. Auf Platz 5 ist es vielleicht für euch ein bisschen überraschend, also das Gebäude, das bei mir auf Platz 5 gelandet ist, ist nämlich der Schlittenbauer. Jetzt werdet ihr sagen, hä, mir fallen tausend andere Gebäude an vor dem Schlittenbauer. Stimmt. Der Schlittenbauer hat erst einmal grundprinzipiell, produziert er veredelte Güter, also auch Güter eures Zeitalters, wenn er auf eurem Zeitalterstand ist, und zwar 15 am Tag. Bei einer Fläche von 2 mal 3. Das heißt, es ist ein extrem kleines Gebäude, das für diese Kleinheit sehr viel, ja, also das sozusagen sehr viele Güter auf wenig Platz produziert. Und das ist ein Gebäude, das sozusagen, wenn ihr in einem höheren Zeitalter habt, ihr müsst keine zusätzlichen Sachen produzieren. Also die Güter, die hier produziert werden, kosten euch gar nichts. Ihr bekommt sozusagen diese Güter raus, einfach nur durch den Schlittenbauer. Kleines Manko, er kann geplündert werden, müsst ihr also immer dann auch regelmäßig einsammeln, wenn ihr aggressive Nachbarn habt. Aber er produziert 15 Güter auf 6 Felder. Und das macht eine Güterproduktion von 2,5 Güter pro Feld pro Tag. Und deshalb macht es den für mich, also wenn ihr Schwierigkeiten habt mit der Güterproduktion, macht es den für mich extrem effektiv. Und ein entscheidender Vorteil, er wurde im Antiquitätenhändler sowohl im Direktkauf, da kostet er irgendwas, glaube ich, 40.000 Münzen und 44 Scherben. Also hier dieser Ding. Also er kostet einiges, aber ihr könnt ihn dort sowohl direkt kaufen, als auch, er wurde schon in der Auktion gesehen. Also ihr könnt sozusagen Schlittenbauer im Antiquitätenhändler bekommen, was ihn für mich wahnsinnig interessant macht, von dem ich sage, wow, also wenn ich im Antiquitätenhändler mich entscheiden müsste, wenn der da ist, würde ich den jetzt noch ein paar Mal kaufen. Also vielleicht so, dass ich insgesamt so 5 oder 10 Stück habe, vielleicht auch 5 Stück und den Rest lasse ich erst mal im Inventar. Aber damit solltet ihr eure Güterproduktion, also Güterproduktion definitiv in den Griff bekommen, für sehr wenig Felder. Also für die Güterproduktion ist er extrem effektiv, wenn ihr jetzt auf Güter einlegt. Aber produziert also keine Forge-Punkte, was ja jetzt erst mal überraschend ist, aber Güterproduktion. Okay, kommen wir zum 4. Platz. Und auf dem 4. Platz ein Gebäude, das bisher noch nicht gesehen wurde im Antiquitätenhändler, aber trotzdem eigentlich zu meinen hauptsächlich 3 Lieblingen gehört, und zwar ist das der Winterdom. Der Winterdom produziert 6 Forge-Punkte, macht also eine Effektivität von 0,375 und produziert natürlich nebenher noch die Güter, also ja, produziert noch Einwohner, er muss motiviert werden natürlich und Verteidigung. Also ja, es ist ein extrem gutes Gebäude, der Winterdom, ja, was jetzt Güter angeht. Und für mich ist es sogar schwer, ihn sogar nicht nur auf Platz 4, sondern sogar noch ein bisschen höher zu ranken. Ich habe mich trotzdem für Platz 4 entschieden, da ich zwar die Forge-Punkte interessant finde, aber der Rest, also auch die Güter, aber die Verteidigung mich jetzt persönlich nicht so interessiert. Da kommen wir schon zu Platz 3 und Platz 3 wird euch vielleicht überraschen im Gegensatz zum Winterdom und die beiden waren sehr dicht Kopf-an-Kopf-Rennen, aber ich versuche euch zu begründen, warum ich das Gebäude lieber aufstellen würde als den Winterdom und zwar ist das der Tollos der Idole. Jetzt sollte ich jetzt sagen, okay, ist der Winterdom nicht besser, weil er zwei Forge-Punkte mehr produziert. Tollos der Idole produziert also zwei Forge-Punkte weniger, hat also 0,25, hat damit die gleiche Wertigkeit wie ein Schreien des Wissens, also ihr könnt den hier aufstellen, anstelle von 4 Schreien des Wissens, erhaltet dann eben noch zusätzlich 15 zufällige Güter, also eures Zeitalters, also dahingehend kriegt ihr hier noch Güter dazu, was ja auch nicht schlecht ist und er hat aber einen entscheidenden Vorteil und das ist etwas, das ich halt gemerkt habe, gegenüber dem Winterdom, das ist jetzt eben auch meine persönliche Entscheidung, er liefert Zufriedenheit und das ist das entscheidende Moment, weshalb ich den besser finde. Für mich ist aktuell die Zufriedenheit wichtiger aus einem entscheidenden Aspekt. Ihr seht, ich habe 16.000 Einwohner, also an Einwohner mangelt es einem irgendwann oder mir, ich weiß nicht, in früheren Zeitaltern, vielleicht so bis hin zur Moderne, mangelt es einem an Einwohnern vielleicht, aber ab da an hat man eher zu viele Einwohner. Und wenn man dann noch ein Gebäude wie, nein, den Innovation Tower ausbaut, ja, wird man immer mehr mit dem Mangel an Einwohnern konfrontiert und das kann man an Zufriedenheit, das kann man natürlich kompensieren, indem man andere legendäre Gebäude ausbaut, aber wenn wir jetzt sagen, okay, ich stelle den Winterdom auf, dann produziert der auch nochmal zusätzlich Einwohner und ich muss auch nochmal dafür zusätzliche Zufriedenheit liefern. Und deshalb finde ich den Tollos der Idole besser, weil der eben meine aktuell größte Schwäche, die Zufriedenheit kompensiert. Ich meine, Schwäche ist jetzt übertrieben, ich habe genug davon, aber noch mehr von den Dingern hier, heißt das dann Tolli? Naja, Tollosse? Tollosse. Noch mehr von den Dingern wäre natürlich nicht schlecht. Also würde ich ungesehen immer aufstellen, ja. und würde ich, während ich beim Winterdom sozusagen abwägen müsste, ob das dann nicht irgendwann zu viele Einwohner werden, weil ich ja eigentlich auch mal auf die Idee kam, hier diesen Innovation Tower irgendwann mal auszubauen, was sich momentan nicht so gut machen lässt, weil noch mehr Einwohner verkraftet dann meine Zufriedenheit nicht. Ich meine, ich habe noch ein bisschen was, ihr seht, ich habe 19.000 aktuell mehr, was aber eben jetzt aus den Dingern hier heraus resultiert. Also ziehe ich das ab, ich habe so im Schnitt 10.000 mehr und das bedeutet, also jetzt, ich könnte den noch ein bisschen aufbauen, aber es reicht schon nicht mehr, den auf Stufe 10 auszubauen, also ja, den Innovation Tower. Dafür reicht es jetzt schon nicht mehr dazu und deshalb bin ich gerade dabei, andere Gebäude, die, wie das Alcatraz, erst mal die auszubauen, um die nötige Zufriedenheit zu haben und Innovation Tower ist ein bisschen nachrangig, was ich ja ein bisschen schade finde, weil dadurch ist das für mich aktuell, mein Anker der Entwicklung. Okay, das vielleicht dazu gesagt. Tollos der Idole deshalb zu bevorzugen und da kommen wir auch schon zu Platz 2, meinem eigentlichen, insgeheim Lieblingsgebäude. Ja, nebst Yggdrasil und dem Shinto-Tempel und zwar ist es der Koloss. Tollos übrigens auch noch nicht gesehen im Antiquitätenhändler, ne. Der Koloss, leider auch noch nicht gesehen im Antiquitätenhändler, produziert 6 Forgepunkte, hat damit das gleiche, wie der Winterdom, 0,375. Er bringt, ja, also eine Quote ist also, produziert halt auf gleicher Fläche 2 Forgepunkte mehr und bringt eben diese 12% Angriff. Das macht ihn für mich so wahnsinnig gut. Also man bekommt diesen Angriff, er produziert auch Einwohner, ja. Er ist aber eben wesentlich effizienter, ja, also diese 12% Angriff sind halt für mich, sag ich mal, richtig gut. Also einen hohen Forgepunkte-Output und noch Angriff dazu. Also das macht ihn halt so richtig gut, sag ich mal so, ne. Also wenn man da jetzt mal den daneben setzt, ja, der würde davon, der würde 8 Forgepunkte, aber nur 6% Angriff, äh, 8% Angriff. Ist natürlich zu bevorzugen, eine größere Runenstein, müssten aber dann 4 Stück von denen motiviert werden, auch inklusive Straßen und alles, bla bla bla. Äh, aber der Koloss für mich, das schönste Gebäude, einfach aufgrund dieser 6 Forgepunkte, ähm, der aktuell verfügbaren Gebäude. Und da kommen wir auch schon zu Platz 1, den ich leider Gottes noch nicht stehen habe. Dazu muss ich jetzt in mein Inventar gehen und ich gehe jetzt auch nicht direkt auf das Gebäude, ein, sondern schon auf das Upgrade-Kit. Und ihr werdet gleich sagen, irgendwie ist deine Auswahl ein bisschen merkwürdig, aber es entspricht halt meiner aktuellen Spielstrategie und es geht ja auch ein bisschen auf Dinge, die ihr beim Antiquitätenhändler achten könnt. Sollten jetzt zum Beispiel Tolos oder, ähm, Winterdom oder Koloss auftauchen, sofort, ja, würden bei mir sofort, äh, nach oben steigen. Äh, ein Gebäude, äh, das nämlich aufgetaucht ist, sowohl als, äh, Stufe 1, als auch, äh, die nötigen Upgrade-Kits, ist die große Brücke. Und dadurch landet die große Brücke für mich auf Platz 1. Dadurch, dass man jetzt sozusagen die Chance hält, langfristig gesehen. Also wenn ihr die kauft, ja, werdet ihr, ich glaube, Zeit eures Spielerlebens, wenn die Eventgebäude nicht noch krasser werden, werdet ihr die, glaube ich, so schnell nie wieder abreißen. Also sie bringt auf Stufe 7, äh, Zufriedenheit, ja, und 3 Forge-Punkte und noch Güter. Also das heißt, sie hat eine 12er-Ausdehnung, hat damit den gleichen Wert wie der, ähm, Schrein des Wissens, nämlich von 0,25, bringt aber zufällig noch ein paar Güter, und eben die Zufriedenheit. Das, was ja gerade mein größtes Manko ist. Und es hat den großen Vorteil, ja, äh, wie gesagt, ihr kriegt sie, also sie wurde jetzt schon, äh, sie wurde, sowohl das Upgrade-Kit als auch die Brücke Stufe 1, wurden im Antiquitätenhändler gesehen, kann man da also erwerben. Und das ist, also, wenn ich von der irgendwas sehe, ich habe leider Gottes, wie ihr seht, also damals, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, äh, ich habe nur ein Upgrade-Kit und die Stufe 1, also, ich habe die leider, irgendwie habe ich das Event verpasst, ich glaube, da war ich im Urlaub oder so, keine Ahnung, es hat dann zumindest nicht mehr gereicht, die sich einmal vollständig hinzustellen, aber, jetzt, durch den Antiquitätenhändler, besteht ja die Möglichkeit, sie aufzustellen, und das würde ich sofort machen, also, ja, das ist so, wow, Antiquitätenhändler, kriegst du die, deshalb, definitiv Platz 1, äh, einfach nur durch den Zugriff, dadurch hat man jetzt vielleicht die Chance, über Jahre hinweg natürlich, also, ich rede jetzt hier, das ist kein Sprint, sondern Marathon, ja, vielleicht so, eine im Jahr, zusätzlich auf, äh, vollständig ausbauen zu können, so meine Hoffnung, ja, jetzt werde ich sagen, okay, klingt jetzt nicht so dolle, äh, äh, aber, genau dafür ist es ja, ja, also, ich spare sozusagen meine Sachen, die ich beim Antiquitätenhändler bekomme, also, ne, durch den Verkauf meines Inventars, spare ich aktuell genau für diese Brücke, ja, die will ich dann haben, und, das ist halt der Punkt, wenn Sachen noch auftauchen, dann würde ich die natürlich, äh, dann höher ranken, und deshalb stelle ich euch, die auch noch vor, äh, nicht, äh, die sind aber bisher noch nicht aufgetaucht, man kann die Sachen alle verkaufen, aber man kann sie bisher noch nicht kaufen, ja, also, das ist so ein bisschen, da muss man, ja, drauf achten, äh, gut, und, zu denen komme ich dann jetzt, äh, vielleicht Gebäude, die ihr vermisst, ich gehe noch ein bisschen drauf ein, und sage dann auch ein bisschen, warum die es, also nicht geschafft haben, und ich sage auch gleich noch ein Gebäude dazu, damit fange ich gleich an, das ist das für mich aktuell gesehen beste Gebäude, ähm, das man aufstellen kann, also mit dem würde ich definitiv meine Stadt zu pflastern, und das ist hier der große Leuchtturm, der große Leuchtturm, ich habe das eben nochmal durchgerechnet, das hatte ich ja gesagt, ich würde gerne nochmal die Effektivität des Ganzen durchrechnen, hat 8 Forgepunkte, bringt eben Einwohner, das ist ein bisschen nachteilig, aber, äh, bringt eben Güter, Forgepunkte und Medaillen noch zusätzlich, also einmal am Tag kann man eine dieser Sachen bekommen, Medaillen vernachlässige ich jetzt mal, kommt ja auch immer auf eier Zeitalter an, wie viele das sind, mh, ist so ein mittleres Paket, ihr bekommt am Tag, äh, im Schnitt 1,25, ähm, Diamanten, ihr bekommt hier 3,8, äh, Forgepunkte zusätzlich, das heißt insgesamt 11,8, äh, Forgepunkte, und das macht dadurch eine Effizienz von 0,47, also, ähm, fast einen ganzen halben Forgepunkt pro Feld, also fast doppelt so viel wie der, ähm, ähm, wie das Schreien des Wissens, und der große Vorteil ist, ihr müsst sie nicht mal motivieren, also sie produziert das Ganze von alleine, und sie kann auch nicht geplündert werden, und im Schnitt noch 20 Güter, auf einer 5x5 Fläche, für mich das beste Gebäude, das ist aktuell, nebst den Gebäuden, die es hier für den, also nebst Shinto Tempel, und Yggdrasil, ist das für mich das Gebäude, das aktuell besser ist als alle anderen, mhm, wenn man jetzt, äh, das aus der Perspektive der Forgepunkte bringt, natürlich hat man einen großen Nachteil, sind für mich die vielen Einwohner, aber, äh, wenn ich davon jetzt zwei Stück aufstelle, dann ist meine Zufriedenheit erst mal wieder erschöpft, und der Innovation Tower landet erst mal in seiner Ausbaufrag, also in seinem Ausbau noch weiter hinten, als sowieso schon, also ein bisschen nachteilig, aber gut, da muss halt ruhig der Arme, ich glaub, das wird echt noch ne ganze Weile, mein Anker des Spiels bleiben, vielleicht, wenn ich im nächsten Zeitalter bin, und dann wieder einen massiven Bedarf an Einwohnern dann habe, dann wird sich das vielleicht auch ändern, ich weiß es noch nicht, ich kann eben nur sagen, ähm, das ist ein Gebäude, das wird natürlich sofort auftauchen, mhm, da ist natürlich auch andere, dieser Eventgebäude interessant, wie zum Beispiel die Weltausstellung, bei der Weltausstellung, ist es leider Gottes so, es ist leicht schlechter, also hat 0,24, also leicht schlechter als Schreien des Wissens, produziert halt 10 Stück, auf 24 Felder, und noch 10 Güter dazu, eine relativ solide Anzahl auch noch an Münzen, also insofern, äh, nicht schlecht, und man muss halt nur eine Weltausstellung motivieren, ja, also nicht 10 Schreien des Wissens, mehr oder weniger, oder, ja, nicht 10 Schreien des Wissens, sondern nur eine, weshalb sie natürlich auch, meines Erachtens nach, besser als das Schreien des Wissens ist, aber, ähm, ja, es ist von der Effektivität her, da gibt es halt andere Gebäude, die ich halt gerade schon genannt habe, die ich wesentlich besser finde, interessant wird es bei der Pagode, also ich habe hier die Erdpagode stehen, sie hat 5 Forgepunkte, und liefert 10 Güter, macht, wenn man die Erdpagode nimmt, eine Effektivität von 0,31, also produziert einen Forgepunkt mehr, weshalb ich mich für die entschieden habe, und bringt eben noch zusätzlich die Güter, die Feuerpagode hat den Nachteil, sie produziert 0,18, äh, das heißt, 3 Forgepunkte auf, äh, 16 Felder, also 0,18, ist also schlechter als das Schreien des Wissens, hat aber den Vorteil, dass sie sowohl Angriff und Verteidigung zwischen 6 und 12 Prozent bietet, weshalb ich, ähm, am überlegen bin, äh, das ist aber dann hier so eine Auswahl, wo man nicht weiß, ähm, wofür soll ich mich jetzt entscheiden, ich hatte mich für die Erdpagode zu dem Zeitpunkt entschieden, weil ich gesagt habe, gut, ich möchte lieber die Erdpagode, ähm, ich möchte, zu dem Zeitpunkt waren mir die Forgepunkte wichtiger, die zweite Pagode wäre jetzt als, bei mir würde ich jetzt als Feuerpagode ausbauen, beziehungsweise, selbst da bin ich unschlüssig, ich weiß es nicht, vielleicht auch wieder als Erdpagode, weil ich dann sage, gut, den Angriff bekommst du ja aus den, auch dann aus legendären Gebäuden noch zusätzlich, ne, also dafür den Platz jetzt sozusagen nach unten zu ziehen, ähm, weiß ich nicht, beide Gebäude sind aber wesentlich schlechter, also, ne, wenn man hier das jetzt vergleicht, die Erdpagode mit dem Winterdom, gleiche Fläche Winterdom, wesentlich besser als das, ähm, genauso sieht es mit dem Schiff aus, das Schiff habe ich gar nicht gebaut und ich kann euch auch nicht mal was zeigen vom Schiff her, weil ich auch da noch nichts habe, ich werde mich auch alles, was das Schiff angeht, ich werde das Schiff, glaube ich, nie aufbauen, ähm, das königliche Schiff hat, äh, eine leicht bessere Forgepunkteausbeute, nämlich eine 0,28, hat eine Fläche von 7x3, sperrt sich damit also meinem gesamten Baukonzept auch ein bisschen, also fügt sich nicht so ein und ich sehe auch immer in den Städten, die das Schiff ausbauen, es passt irgendwie nie so richtig in die Stadt rein, also, ich weiß nicht, ich werde das, glaube ich, wenn ich Schiffsteile bekomme oder irgendwas dazu, jetzt hier auch aus dem Event heraus, was ja vielleicht mal passieren wird, vermutlich nicht, äh, werde ich die zwar behalten, weil ich immer noch nicht so richtig, so richtig sicher bin, das Piratenschiff hat eine Effektivität von 0,19, ist also besser als, ähm, die Pagode und bietet aber durchgehend nur, also vier Forgepunkte, ne, und durchgehend 8% äh, im Angriff, egal in welchem Zeitalter man ist, da wird wieder die Pagode vielleicht ein bisschen interessanter und für mich baut sich die Pagode auch besser ein, also, wenn ich die Wahl hätte zwischen Pagode und Piratenschiff, würde ich wahrscheinlich die Pagode aufbauen, weiß ich nicht, aber das Piratenschiff, davon bin ich nicht so richtig Fan davon, das Monument der Helden, ähm, es war früher mal das beste Gebäude auf dem Platz, also als es rauskam, das mit Abstand beste Gebäude, das es gab, ist mittlerweile leider nicht mehr wirklich so, äh, es produziert drei Forgepunkte und damit hat das Monument der Helden eine Effektivität von 0,33 Forgepunkte, bringt natürlich noch ein paar Güter, aber durch das Dojo, das es jetzt gibt, das Dojo ist halt wesentlich effektiver, also ich zeige euch das nochmal im Inventar, zeitloses Dojo, ich warte noch bis, ähm, also ich habe gerade keinen Platz, es aufzubauen und werde demnächst auch in einem Zeitalter aufsteigen, deshalb steht es bei mir noch nicht, aber das zeitlose Dojo bringt einen Forgepunkt mehr, ja, und noch zusätzlich eine zufällige Einheit, also für mich dadurch, äh, läuft, würde ich, wenn ich jetzt ein zeitloses Dojo im Inventar hätte, sogar das Monument der Helden dafür abreißen, ich werde es natürlich nicht machen, weil es noch andere Gebäude gibt, die ich hier jetzt abreißen würde, wie zum Beispiel den finsteren Torbogen, der schlechter ist und erstmal weg, raus, abhauen würde, aber, ähm, ja, das ist so ein bisschen, ich muss mal jetzt hier schnell das machen, das ist so ein bisschen, ja, finstere Torbogen, ne, also den, den würde ich zum Beispiel, wenn der da auftaucht, ich würde ihn nicht kaufen, also, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ich würde ihn, ich würde ihn nicht besorgen, ähm, weil ich den auch nicht so effektiv, ne, der fällt bei mir sowieso aus der Gesamtbetrachtung raus, was noch interessant ist, ist eins, das ist, äh, der Altar, ich habe den Altar der Artemis gebaut, weil er einen Forgepunkt liefert, und, also, er liefert Zufriedenheit, erstmal sehr schön, einen Forgepunkt, äh, macht dadurch, äh, 0,17, genau das gleiche wie die Heilige Himmelsfach, bietet aber noch die 5% Angriff, man könnte jetzt bei den Altaren, das ist wieder ähnlich wie in der Pagode, man weiß gar nicht von so viel Gutem, was man zuerst nehmen soll, äh, das ist jetzt der Altar der Artemis, der Altar der Athene bringt zum Beispiel 3 Forgepunkte, dafür diese 5% Angriff nicht, hat also mit den besten Werten, nämlich von 0,5 Forgepunkte pro Feld, also der Altar der Athene ist sogar noch effektiver, ja, also sehr effektiv, wenn man den aufbaut, super, also wenn es einem jetzt nur um Forgepunkte geht, würde ich den Altar der Athene definitiv bevorzugen, und deshalb habe ich mich hier auch ein bisschen geärgert, ich habe so gedacht, ob ich die Entscheidung hier nicht nochmal bereuen würde, ich weiß es nicht, also das ist so ein bisschen das, ja, da muss ich sagen, also weiß ich noch nicht, da bin ich noch ein bisschen hin und her geschritten, Artemis hat natürlich zwischen 3 und 7% Angriff, und einer, der auch interessant ist, zum Beispiel der Altar der Hera, der bringt 12 Güter, also 3 Güter weniger als der Schlittenbauer, und dafür aber ein Forgepunkt, also anstelle von 3 Gütern bringt er halt noch einen Forgepunkt mehr, und ich glaube die 3 Güter pro Tag, also der ist auch nicht schlecht, ich sage ja, also an sich gesehen, würde, muss ich sagen, nachdem sie die Altäre aufgewertet haben, finde ich sogar, würde ich ganz viele von denen aufstellen, fast sogar eher noch als den Schlittenbauer, aber den Altar gibt es, der braucht halt wieder seine 5 Stufen, und von dem gibt es bisher, den gab es auch bisher noch nicht im Antiquitätenhändler, also auch der fällt dadurch auch, fiel dadurch eben auch aus meiner Entscheidung heraus, was auch rausfiel aus meiner Entscheidung, sind all die Setgebäude, also die 3 wichtigsten, um die mal zu nennen, die, von denen ich 2 hier stehen habe, die 3 wichtigsten, um die mal zu nennen, gehe ich vielleicht mal vom Schlechtesten aus, wobei Schlechteste relativ ist, ist der Maraja Palast, wenn man den als ein Set aufbaut, also das Mittelgebäude plus 2 andere, hat der eine Effektivität, also produziert der 6 Forgepunkte, und das ist eine Effektivität von 0,185, ist damit also schlechter, wenn man jetzt noch einen zweiten, so wie ich, dann intelligent daneben setzen kann, erhöht sich die Effektivität wieder ein bisschen nach oben, ja, also dadurch wird er immer ein bisschen besser, aber es ist halt ein Setgebäude, man muss ihn dann halt auch immer genau in dieser Reihe aufbauen, also man muss ihn sozusagen dann auch da sehr intelligent lösen, und ich hoffte ja, also meine eigentliche Idee war nach dem Frühlingsevent mit der Pagode, oder beziehungsweise damals mit diesem Frühlings-Setgebäude, also dem Kirschgarten, hatte ich ja ein bisschen den Verdacht, dass sie vielleicht den Maraja Palast wieder einführen, und dem vielleicht eine Stufe 2 geben würden, vielleicht passiert das nochmal, also vielleicht, also deshalb gebe ich auch meine ganzen Maraja Palast Sachen nicht da, weil er jetzt auch nicht so schlecht ist, er produziert ja immerhin noch Güter noch zusätzlich, und alles mögliche andere, also hat noch ein paar nette Nebeneffekte, hat eben aber eben den schlechtesten Wert. Besser als der ist der Kirschgarten, der ist gut zu erreichen, ich muss mal hier eventbedingt das Ganze kurz machen, nicht zu jetzt denken, was macht er jetzt da, den Kirschgarten, den seht ihr bei mir noch nicht, weil ich bisher noch kein vollständiges Kirschgarten-Set bekommen habe, ich kann euch das dann gleich nochmal zeigen, interessanterweise kriegt man ja hier den Überblick im Inventar, der Kirschgarten hier, ein fünfteiliges Set, ist ein bisschen besser als der Maraja Palast, hat auf einer Fläche von mal fünf Feldern, wenn man ihn so hier ausbaut, hat er einen sieben Fortschpunkt, das heißt eine Effizienz von 0,28, ist also besser als der Schrein des Wissens, also 0,25 ist immer der Maßstab und hat ja noch zusätzlich andere Effekte und man muss ihn auch nicht komplett auf Stufe 2 ausbauen, das reicht im Grunde genommen, wenn man hier diesen Gong der Weisheit, glaube ich, ausbaut und den hier, dann sind wir hier bei 2, 4, 6 und ich glaube, wo war es? 7, Stufe 2, aber der hat, genau, und der produziert aber den siebten schon auf Stufe 1, und da gibt es halt nicht mehr, also den kann man im Grunde, man muss hier nicht, wenn man jetzt nur auf die Fortschpunkte Wert legt, kann man die zwei anderen Sachen, ich glaube, den Nikosita hier und Sakura-Fels, die kann man mehr oder weniger weglassen, hat natürlich dann noch den Vorteil mit den zusätzlichen Angriffsboni etc., macht den also auch dahingehend wieder interessant, hat aber eben den schlechtesten Wert und ich habe bisher auch noch kein Set vollständig, was ich immer sagen muss, ist bei den Sets ein bisschen doof, man muss sie um die Ecke bauen, also ähnlich wie dem Piazza-Set, das immerhin 8 Fortschpunkte liefert und damit eine Effizienz von 0,32 hat, man muss aber beim Piazza-Set, man kriegt es nicht anders hin, als dass man den Straßenanschluss um die Ecke baut, also ich kann jetzt hier leider kein zweites Piazza-Set daneben stellen, was das Piazza-Set so für mich ein bisschen schlechter macht, vielleicht gibt es hier auch nochmal, ähnlich wie beim Maraja-Palast, damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt, das ist noch die Möglichkeit, da intelligent auch irgendwie weiter so zu bauen, dass die Anschlüsse immer gewährleistet sind und man dadurch auch noch ein bisschen, ja, noch irgendwie was sparen kann und das noch ein bisschen effizienter macht, aber da glaube ich irgendwie, weiß ich nicht, das sind halt diese Sets, für mich sind die Sets immer ein bisschen mühseliger zu bekommen, wobei sie auch nicht mühseliger sind zu bekommen, aber man bekommt sie halt mühseliger, das einzige dieser Sets ist, dass ich bisher, also den Maraja-Palast und das Kirschgarten-Set hat man schon gesehen, das Piazza hat man noch nicht gesehen, soweit ich das weiß, dass hier, also, oh, jetzt muss ich mal hier nochmal, das Piazza-Set hat man noch nicht gesehen, ihr seht's, ich bin halt nun mal auch Spieler, ne, und das Piazza-Set wurde hier noch nicht gesehen, hier zum Beispiel, der, ja, das ist, Winterdorf-Set ist jetzt auch nicht so super, ne, also, das ist deshalb auch wieder von, irgendwann von der Bildfläche verschwunden, drei, vier, ja, vier Stück auf einer Fläche von vier mal sechs, glaube ich, war's, ist halt auch wieder verschwunden, also vier Forge-Punkte auf, äh, 24, ist halt hier nicht so, der Bringer, ne, weshalb ich auch davon abraten würde, also alles, was ich jetzt hier gerade sehe, würde ich mir nicht kaufen, inklusive diesem Ding, gut, das ist so ein bisschen das, ähm, ja, also die Sets, wie gesagt, würde ich auch nicht aufstellen, gut, damit sind wir jetzt erst einmal grundlegend, die wichtigsten Gebäude durchgegangen, ähm, die man hier so haben kann, eins habe ich noch vergessen, das ist vielleicht noch nicht schlecht, äh, das war sogar knapp in meiner Auswahl der fünf Gebäude, ähm, also fast drin, aus dem, aus einem ganz interessanten Effekt heraus, ähm, Entschuldigung, aus einem ganz interessanten Effekt heraus, das hatte ich auch anfangs ein bisschen unterschätzt, ist, äh, die florierende Apfelmühle, die florierende Apfelmühle produziert, wie ihr seht, auf, in 24 Stunden, vier Forge-Punkte, und hat damit eine Effektivität von 0,22, ist damit also schlechter, als der Schrein des Wissens, sie dafür also aufzustellen, für die Forge-Punkte, lohnt nicht, sage ich gleich dazu, aber, sie ist besser, äh, als das, die Terrassenfelder, also, ähm, wenn man die auf ihre Stufe, das ist jetzt, glaube ich, Stufe fünf voll ausgebaut, bringt, äh, produziert sie zwar einen Forge-Punkt, weniger als ein Terrassenfeld, hat aber auch weniger Fläche, denn die florierende Apfelmühle ist 3x6, also 18 Felder groß, und das Terrassenfeld ist 30 Felder groß, das heißt, das Terrassenfeld hat eine, äh, Effizienz von 0,17, ähnlich wie die Heilige Himmelswacht, äh, ist damit also schlechter, was aber interessant ist, bei beiden, und deshalb stellen auch viele, größere, größere Spieler, die ja auf, ist, dieses hier, die 8-Stunden-Produktion von Gütern, da, gerade in höheren Zeitaltern, sie ja immer noch aktuelle Güter produziert, und das ist das Schöne dran, an der Apfelmühle, als auch das Terrassenfeld, die Apfelmühle produziert die gleichen Güter, bei weniger Feldern, definitiv, daher zu bevorzugen, dem Terrassenfeld gegenüber, und sie haben halt den Vorteil, wenn man in eine neue Zeit draufsteigt, dann bringt man die sozusagen auf die aktuelle Stufe, und dann kann man da erstmal auch über die Apfelmühle Güter produzieren, und wenn man dann genug Güter hat, kann man sie dann umfunktionalisieren, zu Forge-Punkte-Produktion, so wie das jetzt bei mir der Fall ist, und wenn man dann, wenn man ins nächste Zeit, bis man zum nächsten Zeitalter aufsteigt, also sie ist damit eben in der Lage, Güter als auch Forge-Punkte zu produzieren, je nachdem, was man gerade braucht, und vor allem ist ja bei solchen Gebäuden auch immer der Vorteil, wenn man jetzt nicht ganz so, oh Gott, Forge-Punkte und Güter gierig ist, wenn man jetzt 10 Terrassenfelder hat, kann man mit denen natürlich auch im 15-Minuten-Takt oder im 1-Stunden-Takt Vorräte produzieren, so man die braucht, ja, oder man kann halt damit auch Quests erfüllen, man kann sich damit, also auch durchaus, diese ganzen Produktionsgebäude sparen, und sie liefern ja auch immer, wenn man sie auf dem aktuellen Zeitalter hat, sowohl Terrassenfeld als auch Apfelmühle, wobei ich die Apfelmühle, wie gesagt, ein bisschen besser finde, sie hat hier so mehr oder weniger, also die beiden Sachen, in 5 Minuten kann man auch das produzieren, kann man sie sozusagen auch nutzen zur Quest-Erfüllung, also ich bin jetzt, lasse die Quest-Erfüllung jetzt hier durchlaufen, aber hier ist zum Beispiel 22 mal eine 4-Stunden-Produktion, und da könnte ich die florierende Apfelmühle als auch die Terrassenfelder auch gut dazu nutzen, oder, deshalb finde ich das ja das Schöne, wenn man genug von den Sachen da hat, kann man immer die Ein-Tages-Produktion darüber ableichnen, also wenn es dann heißt, hier hab 10 Ein-Tages-Produktionen, dann hat man die halt auch einfach, das ist halt auch hier der Vorteil, ähnlich wie beim Schlittenbauer, man kann sie also auch noch zur Erfüllung von Quests, kann man diese Gebäude halt noch zusätzlich gut einsetzen, und wenn man sie ja meist auf dem aktuellen Zeitalter hat, sind sie auch dahingehend eben richtig gut, also der Schlittenbauer auch, sehr gut zur Quest-Erfüllung, und die florierende Apfelmühle, wurde auch schon im Antiquitätenhändler gesehen, also sowohl dieses Upgrade-Kit als auch die Stufe 1, und insofern auch ein Gebäude, das man auf dem Schirm haben kann, wie gesagt, ich werde auf die große Brücke sparen, und versuchen, die jetzt langsam nach und nach aufzubauen, wird natürlich eine Weile dauern, aber das ist es mir wert, ich denke ansonsten, alles, was ich sonst hier so momentan gesehen habe, ist für mich eher schlechter, also, und darum geht es auch jetzt nochmal, und damit komme ich auch zum Ende, überlegt euch, was ihr haben wollt, macht euch so eine kleine Liste vielleicht, also, ich dachte so, wow, Winterdom, Tollos und Kollos, super Sache, ich werde den Schlittenbauer versuchen, noch ein paar Mal zu bekommen, wie gesagt, meine Zielvorstellung ist, dass ich 10 Stück von denen habe, wobei ich, glaube ich, auch nicht gleich alle 10 aufstellen werde, wobei vielleicht auch doch, vielleicht reiße ich dann die florierende Apfelmühle ab, immerhin kann ich anstelle der Apfelmühle drei Schlittenbauer aufstellen, auch nicht schlecht, also produziert sozusagen 33% mehr Güter, dann produzieren die halt durchgehend Güter, das ist dann halt so, und mal schauen, also das ist noch so eine kleine Idee, also vielleicht so 10 Schlittenbauer, die ich insgesamt haben möchte, wobei das ja auch ein Marathon ist, wie gesagt, und größere, also die große Brücke, die nehme ich umgesehen, und sobald natürlich eines der genannten Gebäude, wie Pagode, Altar, Winterdom, Tollos oder Kollos aufsteigen, würde ich die natürlich sofort nehmen, von den Setgebäuden würde ich es nicht machen, also weil ich kein großer Fan dieser Setgebäude bin, die sind immer, zu ihrem Zeitpunkt, da sie rauskamen, super geworden, ich meine, wenn dieses, der große Leuchtturm, also, ich würde ja sagen, im Volksmund, aber wahrscheinlich sehe nur ich das so, weil es halt, ähm, englischen Cronest heißt, und ich das Krähennest wesentlich besser finde, als Übersetzung, warum auch großer Leuchtturm, der große Leuchtturm, würde ich natürlich auch immer ungesehen, äh, ungesehen nehmen, aber, der ist ja hier auch noch nicht aufgetaucht, also insofern, nach der Maßgabe dessen, worauf ich spare, Schlittenbauer und große Brücke, das sind die beiden Sachen, auf die ich mich erst mal spezialisiert habe, alle anderen Gebäude, die ich jetzt so genannt habe, oder die meisten, welche ich nicht nehmen würde, das ist das Schiff, ist die Weltausstellung, und das Monument der Helden, die würde ich definitiv liegen lassen, weil mir diese drei doch zu ineffizient erscheinen, und vor allem, wenn ich dafür Sachen ausgebe, kriege ich ja die anderen nicht, ne, das ist ja so ein bisschen der Punkt, und Schlittenbauer und große Brücke werden schon teuer genug werden, also dafür werde ich hier noch einiges aus meinem Inventar beigeben müssen, bevor ich mir die dann in der entsprechenden Form leisten und kaufen kann. Gut, das soll es als Ende gewesen sein, für ein doch sehr langes Video, ich hoffe, es war trotzdem für euch sehr informativ, oder überhaupt informativ, und hat euch an verschiedenen Stellen auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt, schaut euch auch immer mal wieder die Liste an, vielleicht wurde sie aktualisiert, beobachtet hier ein bisschen die Gebäude, also ich habe es wirklich so gemacht, auf der englischen Seite habe ich mir angeguckt, was gab es bisher im Preissystem, also welche Gebäude sind aufgetaucht hier, und welche werden also dementsprechend höchstwahrscheinlich auftauchen, und welche Gebäude möchte ich davon haben, das habe ich halt gemacht, und auch wenn ihr meine Liste vielleicht nicht teilt, könnt ihr in eurer Liste halt sagen, gut, ich mache meine Liste anders, ich mache das oder das, und ich finde das oder das Gebäude besser, das ist dann euch überlassen, und die Liste kann sich auch immer ändern, und natürlich euren persönlichen Geschmäckern, ja, Freilauf lassen, also zum Beispiel ist der Winterdom besser als der Koloss, wenn einem der Angriff egal ist, also diese Angriffsprozente, also wenn die einem egal sind, dann würde ich sogar den Winterdom bevorzugen, zum Beispiel, aber das ist jetzt nur nochmal, das sind jetzt wirklich so Sachen, wenn ihr nicht sagt, gut, ja, ich habe mich leer gequatscht, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, lasst ein Like da, wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, wieso, ansonsten, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, holt das schleunigst nach, ist kostenlos, und wenn ich, wenn ich irgendwann mal reich und berühmt dadurch bin, also Affiliate, dann kann ich vielleicht mal Verona-Poti-Hand schütteln, wäre irgendwie cool, das ist mein Kampfziel, deshalb mache ich das alles hier, ich könnte auch einmal bei ihr wahrscheinlich zu einer Autogrammstunde oder so gehen, aber dann ist es ja wesentlich interessanter, wenn sie mich auch ansprechen würde, was ich so mache, okay, genug Palabert, jetzt komme ich wirklich ins Geschwätzen, also ins Schwätzertum, wenn ich es nicht sowieso schon eurer Meinung nach war, ich hoffe nicht, bis zum nächsten Mal, euer Christon, damit bin ich raus. ! Vielen Dank.